Freitag, 24. Juni 2016. Dieser Tag geht in die Börsengeschichte ein als Black Friday. Es war der Tag nach der Brexit-Entscheidung der Briten. Die Märkte in freiem Fall, DAX und Co. zeitweise 10, 11 Prozent im Minus. Das britische Pfund auf einem 30-Jahrestief. Die Reaktionen der Märkte und die Folgen und viel, viel mehr, das wollen wir besprechen mit Carsten Gabers. Er ist Fondsmanager bei der Hubble Polig und Partner Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen, Herr Gabers. Zunächst die Frage, wie haben Sie denn diesen Freitag erlebt? Letztendlich war es für uns eine große Überraschung, aber letztendlich sind wir nicht unvorbereitet getroffen worden, weil wir schon seit ungefähr Mitte letzten Jahres die Risiken in den Portfolien deutlich reduziert haben und konnten sogar im Vorfeld der Brexit-Entscheidung, wo man eben tatsächlich doch sehr positive Aktienmärkte gesehen hat, obwohl eben gerade der Ausgang sehr ungewiss war mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr auf beiden Seiten von 50 Prozent, sodass wir dort eben nochmal sogar leicht reduziert haben unsere Aktienquote und sind demnach eben sehr gut durch die Situation gekommen und sind eben jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Notenbanken hatten im Vorfeld schon angekündigt, die Märkte zu stützen. Es ist noch nicht ganz genau bekannt, wo und wie genau gestützt worden ist, aber Fakt ist natürlich, dass die Notenbanken rund um die Welt aus allen Rohren gefeuert haben, die letzten Jahre über schon, nicht nur die EZB mit 80 Milliarden Euro pro Monat die Märkte unterstützt haben. Nun haben wir immer wieder neue externe Schocks. Die Frage muss ja lauten, stößt die Notenbank nicht irgendwann doch mal an ihre Grenzen? Ist nicht irgendwann der Köcher leer? Ja, was sind die Grenzen? Das ist schwer zu sagen. Also was wir feststellen, ist tatsächlich, wenn man vor einigen Jahren überlegt hätte oder sich vorstellen wollte, was die Zentralbanken eben heute alles machen, dann wäre man mit Sicherheit nicht auf dieses breite Spektrum gekommen. Aber wenn man eben mit einem nüchteren Blick auf zum Beispiel die japanische Zentralbank schaut, dann sieht man hier ganz klar, dass natürlich neben der Ausweitung des Ankaufprogramms sogar auch der Ankauf von Aktien oder gar Helikoptergeld in Frage kommen kann. Und das betrachten wir aber weniger mit Sorge, als die Entwicklung, dass wir eben doch zunehmend feststellen, dass das Vertrauen vieler Marktteilnehmer in das Papiergeldsystem doch nachlässt. Und wir können dies ganz fest sehen mit einer Flucht in die Sachwerte. Die geldpolitischen Maßnahmen sind das eine. Die Fundamentaldaten natürlich das andere. Und da müssen wir natürlich auch immer wieder darauf schauen, wenn wir über die Märkte sprechen. Wo stehen wir denn aktuell in Europa im Konjunkturzyklus? Ja, im Konjunkturzyklus stehen wir tatsächlich, wenn man jetzt mal die USA betrachtet. Dort haben wir eben die längsten Aufzeichnungen über die Konjunkturzyklen. Und dort haben wir ja ungefähr eine Laufzeit von 84 Monaten schon, während eben die elf Zyklen der Vergangenheit lediglich eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 70 Monaten hatten, sodass wir fortgeschritten sind in diesem Stadium. Und ich beschreibe das immer gerne mit der Konjunkturlokomotive. Und die ist eben zur Zeit oder in diesem Zyklus tatsächlich eher eine Dampflok. Und zwar eine Dampflok mit jede Menge Brennholz. Das wird eben immer wieder durch die Zentralbanken auch befeuert. Und nichtsdestotrotz mehren sich die Anzeichen, dass eben auch das Wachstum möglicherweise schon den Höchstpunkt überschritten haben könnte. Und was bedeutet das jetzt alles für DAX, Stocks und Co.? Vor allen Dingen natürlich auch immer mit dem Blick nun auf die aktuelle Brexit-Entscheidung. Ja, natürlich. Die Märkte sind stark getroffen. Wir sehen auch schon teilweise sehr massive Abschläge, vor allem sehr massive Abschläge bei Finanzwerten. Wir sehen aber auch, und das ist eben jetzt die fundamentale Seite, dass eben die Gewinne in der letzten Zeit eben schon dazu neigten, deutlich zurückzukommen. So haben eben die Analysten ihre Prognosen für die Gewinne der nächsten zwölf Monate schon deutlich gesenkt. Aber dennoch ist der Markt eben letztendlich dadurch ganz gut unterstützt, weil eben einfach die Anlagemöglichkeiten bei den Großinvestoren weiterhin Fehlanzeige sind. Das heißt, wir haben dort einen massiven Anlagenotstand. Und der führt dazu, dass die Anleger auch höhere Bewertungen bei Aktien in Kauf nehmen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für denjenigen, der Aktien kaufen will? Raus aus Aktien, weil sich die Volatilitäten erhöhen könnten im zweiten Halbjahr? Oder eher rein in Aktien, weil eben schon die Bewertungsabschläge da sind, wie Sie gerade vor allen Dingen bei Finanzwerten geschildert haben? Also wir sind der Meinung, dass es eben tatsächlich so ist, dass es die Zeit, in der eben die Geldflut vom Herrn Draghi alle Boote hebt, dass die eben tatsächlich vorbei ist und man jetzt eben sehr selektiv schauen muss, wo sind attraktive Investments und da schauen wir eben sehr stark auf Qualitätsaktien. Qualitätsaktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein möglichst konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell haben, über eine Preissetzungsmacht verfügen und eben dabei eben auch eine recht attraktive Dividendenpolitik noch mitbringen. Wie lautet Ihr Schlusswort, Ihr Fazit zu unserem Thema? Ja, letztendlich kann die Antwort auf dieses Niedrigzinsumfeld bei gepaart letztendlich mit einer gewissen globalen Wachstumsschwäche nur ein breit diversifiziertes Portfolio sein. Ein breit diversifiziertes Portfolio mit einem Fokus auf qualitätsorientierte Investments. Das heißt, man sollte eben nicht in den breiten Markt investieren, sondern sehr selektiv investieren und das sollte dann auch mittelfristig wieder zu guten Anlageergebnissen führen. Und dazu gehört weiterhin die Aktie, sagt Fondsmanager Carsten Gabers von Habib Polig und Partner hier bei Bärenberg. Herzlichen Dank, Herr Gabers, für das Gespräch.